Willkommen zu einer neuen Staffel von Minecraft, mit den 4 Vollidioten, die es nicht auf die Reihe kriegen. Da ist der Krittel mit seinem geilen Mongo Skin. Und der andere, was soll es darstellen? Ach der Bunny. Hier der nicht bewegende Legger, das ist ein Bunny. Ja, das ist Böckel. Ja, aber was soll es darstellen? Bunny, oder wie war das? Ich habe Bugs Bunny getötet und mir seine Haut angezogen. Äh, Jibo ist gerade noch nicht da, weil wir Startschwierigkeiten hatten, nenne ich es jetzt mal. Äh, ich kann keine Blöcke abbauen. Ja, zu namens Brawnpoint. Aber schade, ich bin schade. Jetzt habe ich wieder Angst, dass es mir nicht funzt. Ja, vielleicht werde ich einen kleinen Teil von den nicht funktionierenden Sachen beinschneiden. Mal sehen. So 5 Minuten oder so. Oh. Weil wir haben jetzt gerade schon eine Stunde versucht. Ja, Matschi ist ein Drecksprogramm, wollte ich noch sagen. Scheiß Entwickler. Oh, vor allem tut dir mal immer alles zu Matschi in den Autostart, sodass du es nicht mal löschen kannst. Ähm, ja was ist jetzt los? Wo seid ihr? Ich bin jetzt. Ich bin hier beim Bau. Im Wald. Im Wald ist das immer eine sehr gute Angabe. Ich bin beim Bau. Ich bin beim Bau. Ich habe noch jemanden, wo ich mein Haus baue. Tschüss Leute, ich baue mein Haus. Ich mache jetzt noch kurz was. Das wollte ich eigentlich davor, aber da hatte ich jetzt keine Zeit mehr. Alter Birkel, du baust jetzt selbst schon dein Haus, du Lappen. Wir laufen jetzt erst wie bei Piet Smitty erst so. Ah, ich kann da nichts. Blenden, ich bin zu nahm. Wie bei Piet Smitty, wir machen alles so in Piet Smitty. Ah, Piet Smitty. Ihr haltet den Maul, du bist fett. Und nicht da. Ähm. Ja, euch ist klar, dass so oft wie ich draufgehe, dass es verdammt wichtig ist, wenn meine... Ja, warte, noch nicht sterben, Birkel. Noch nicht sterben. Ich muss noch was einfügen. Nee, nee, erst weil ich ein Bett habe. Okay. Dann sollte ich es geschafft haben. Ich gehe in den Untergrund, Kennaz. Oh, erst mal noch unten. Ähm. Ich bin ein voll Idiot. Ich bin ein voll Idiot. Ich heiße, Birkel. Ich bin Nummer eins. Das funktioniert so. Ja, ITT3. Okay, warte, wo seid denn ihr Kleinen? Warte, 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 ich komme gleich hoch. Ich bin im Untergrund. Ich habe den Stein gebraucht. Ich habe erst Holz. Ich habe noch nicht mal eine Werkbank. Ja, ich habe eine Werkbank, du kannst meine haben. Wo bist du denn? Geh mal wieder an Spawn, bitte. Ich glaube, da bin ich. Wo? Ich glaube, ich bin am Spawn einigermaßen. Ja, bist du. Ach, da kann ich ja nichts planten. Jetzt ist sie weg. Ach, schwul. Hä? Nein, jetzt ist wieder da. Darf ich dich mal kurz bauen? Okay, jetzt. Aua, kannst du nicht. Warte, warte, ich plänze hier. Folge mir. Ich hatte gerade einen Anzeigefehler. Ach, du scharf, du scharf, du scharf. Nicht töten. Brauchen wir noch zum Züchten. Na, was heißt, du willst doch jetzt noch nicht züchten. Erstmal will ich hier in irgendeine Richtung rein. Stimmt, auch wieder. Weil irgendwie ist die Gegend... So, warte, warte, warte. Hier plänze ich jetzt hier da ans Wasser, okay? Ja. Übrigens, nicht wundern, wenn ich mich zwischendurch mal nicht sag, dann... ...habe ich mich gerade gemutet, weil ich immer noch husten habe. Ich habe schon genug Wolle für ein Bett. So, ich dachte, du bist ein bisschen geantwortet. Ein Yoda anfangen, genau, so ein Yoda anfangen. Yoda anfangen? Was hat denn das jetzt mit Yoda zu tun? Ein Yoda, nicht Yoda. Ist der Chiba euch überhaupt noch in Skype? Ja. Ich bin noch da, ja. Ach, ne. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, übrigens... Hey, willst du, warte, warte, Bernie. Ja. Find ich übrigens schon Cheater nicht. Ich bin blöd, ich weiß. Ey, ja, hinten mal bis vorne raus, du Affenkopf. Darf ich mal kurz was ein- Nein, ja, hinten. Hab mir auch nichts. Ja, zwei. Alter, ich weiß die ganzen neuen Tasten gar nicht mehr, weil ich schon ewig nicht mal Minecraft, okay, mit Schiff ging das? Das ist doch keine neuen Tasten. Alter, nach klar gibt es neue Tasten, die weißt du bloß gar nicht mal, dass es die gibt. Ach so, ja. Ich weiß jetzt raus, aus meinem Haus, oder ich hack dir deine hässlichen Fressen. Alter, wie ärger schon. Raus. Ey, ich hab hier ne Holzspitzhacke für dich, Bernie. Wenn du hinter dem Spawn zu dem Wasser-Dings gehst. Da ist ein See hinter unserem Spawn. Hier ist ein Meer hinterm Spawn. Ach, der See, meinst du? Ja, hier, wo ich bin, du. Ich bin zum Meer gelaufen, da war Meer blau. Da bist du, da hinten ist jemand. Bist du, du ist nicht. Ich steh hinter dir. Ah, der baut schon sein Haus da, der Lappen. Warte, 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 weil ich hier erst ne Spitz hatte. Holz oder Stein? Ja, weil ich hier schon vorgehe, ich werde nicht den Keller, aber den muss ich nutzen. Und ich muss Steine, wie so ein Lappen. So, jetzt haben wir erstmal alles aus Stein, weil ich hier ein geiler Ficker bin. Böckel, bist du nach sechs immer noch da? Was, ich bin noch da. Ja, ich bin aber nicht mehr da. Weil mein Internet dann wahrscheinlich weg ist. Ja. Ich dachte, Chibu kann nur bis sechs. Ja, mein Internet ist da zwei Stunden begrenzt zu Lappen. Ja, aber Chibu hat doch auch gesagt, er kann nur von vier bis sechs. Keine Ahnung, ich bin nicht Chibu. Ja, kann ich. Ja, also, egal. Jedenfalls, Böckel, du bist doch nach sechs auch. Ja, nachher eh noch ins Enjoy. Gehst du mit, Chibu? Ich hab ewig Zeit. Irgendwann muss ich fressen gehen, aber sonst soll ich in die Zeit. Okay, gut, dann. Nehmt der dann länger auf, ihr Lappen? Ne, ne, ich wollte, ich versuch dann noch hinzukriegen, also, ohne, dass es ohne Hamachi geht. Wenn jemand von den Zuschauern das weiß, kann es... Ja, hab ich doch gesagt. Das meinte ich ganz am Anfang. Das find ich jetzt sehr rassistisch. Ja, meinst du nicht. Ja, ist mal Chibus Lacher. Läuft bei Chibu. Ah, fuck. Ah, ich sterb. Ach, alter Scheiß. Spawnlegs. Geh mal gleich weg vom Spawn. Der fickt mich sonst. Oh, ich versuchte da auch nicht. Glück auf. Äh, was ist Glück auf? Für ein Achievement. Warum hat Birkel ein Achievement vor mir? Irgendwas läuft falsch. Boah, meine Fresse, das ist mit dem Spawn. Ist ganz schön an, können die jetzt nicht machen. Ey, ich hab mir doch auch eine Spitze. Ach, weil ich mir keine Holz gecraftet habe. Warte. Einmal auf Holz geklopft. Geil. Was wollen wir denn schief nehmen? Oh, ich mach gar scheiße. Warte, man kann Spitzhacken jetzt neuerdings auch in den Ofen stecken. Also Holz. Ah, ja, stimmt. Oh Mann, dann hätt ich meine gebraucht. Gibst du dir wieder zurück? Ja, hast du jetzt schon einen Ofen? Weil dann kann ich hier 10 Schweinefleisch machen. Ja, hab ich. Ich hab einen Ofen. Ich brate gerade Fleisch. Schwein? Dann lege ich mal jetzt einfach dazu. Ja, mach das. Da hinten ist noch ein Schwein. Und ein Schaf. Ja, Bernie, wir machen einfach jetzt dann irgendwas zusammen. Ich hau auch noch ein bisschen Holz rein, okay? Weil dann können wir ja erstmal jetzt da Katzmüllfleisch von mir haben. Ich bin dafür. Ich verbünd mich doch eher mit Paul als mit Birkel, weil... Ja, ja. Willst du das den Chivo wirklich antun? Ja. Ja, Chivo ist nicht da, der Lappen. Du bist aber schuld. Also, selber schuld. Alter, wir sind mir auf die Nerven gegangen. Warte, ich mach jetzt mal kurz die Teels. Chivo ist da. Ja, er ist nicht da. Chivo ist da. Tötet euch alle, bevor er es merkt, dass er da ist. Ich brauch mal Fleisch irgendwie, aber ich hab jetzt ganz viel Fleisch gefahren und... meinst du, bleib da! Piggy! So. Weil ich gleich verreck wegen Hunger. Äh, mein Puls. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Das ist doch hässlich. Nur noch Half-Life. Äh, halbes Essen. Alter, wie langsam der Ofen ist. Was für ein Lappen-Ofen. Ja. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Alter, ich bin schon Level 2. Like a boss. Like a Paul. Like a Paus. Oh. Ja, okay, na? Äh, ja, Bernie, wie sieht's aus? Was machen wir jetzt? Ja, ich sammle gerade. Da hinten? Oh, da hinten ist ganz viel Sand. Ich glaub... Ah, nee, da ist das. Sand. Ich farm jetzt mal ein bisschen Sand. Ich farm einfach Holz. Ich glaube, es ist gestärbt. Also aus... aus Glas. Was machst du jetzt, Bernie? Ich farm Holz und mach die Teams. Hä? Mach die Teams. Was für Teams? Hier we go. Das geht jetzt in Minecraft wirklich. Man kann in Minecraft Vanilla ganz normal Teams machen. Das geht. Geil. Und wir können uns da battlen, oder was? Ja, vom Flüchtling her. Ja, das ist ja erstmal... Ja, können wir ja jetzt auch schon, ne? Ja, aber... Äh, dann können wir uns halt... Da geht ja wieder alle auf mich los. Du musst nur mal mein Internet scheiß, ne? Ja, eben. Genau deshalb die Teams, weil dann kann Chibu nicht auf dich losgehen. Der hat Chibu Arschkarte gezogen. So. Ich hab erstmal ganz viel... Äh, es wird nachts, by the way. Nicht, dass du jetzt irgendwie gefickt wirst, Bernie. Ja, ich glaub, wir sollten mal die Hühner satteln und nach Texas reiten und so. Das ist Bescheid. Okay, warte. Sattelt die Hühner und reutet nach Texas. Hosch, Hosch. So habt es mit den Teams. Zumindest für die, die gerade on sind. Äh, hast du schon dir Fleisch rausgenommen? Nee, ich... Da ist jetzt Fleisch. Wenn... Wenn ihr mal Tab drückt... Null. Ja, Wahnsinn. Dann... Wie einfach fünf Striche, fünf Striche... Ein Strich. Nein, die Namen sind doch jetzt farbig, oder? Ja, ja, schon, aber... Ja, okay, das sind die... Ich bin rooooot. Bernie, wo bist denn du, Lapp? Hier, beim Baum. Direkt neben dem See. Gegenüber von dir, glaub ich. Ah, cool. Ja, dann nimm dir mal das Fleisch raus, dann gehen wir mal in die Richtung, die sich interessanter anguckt als wir. Ähm, hast du... ...zwei Betten? Genug? Äh, nein, ich hab nur... ...vier. Oh, altsch. Dann würde ich sagen, wir bleiben erst mal hier, weil ich eh gleich sterb. Ey, ich kann mich dann zu euch geliefert. Das ist gutes Internet, wir sind geile Ficker, also hallo? Okay, aber ich will jetzt kein Fleisch verschwinden. Ich eh gleich. Ich hab zehn Fleisch im Essen. Ja, okay, dann... ...ess ich halt was. Ja, Futter was, und dann gehen wir hier hin, will schlachten. Wollen wir mal gleich irgendwas bauen? Ja, warum sind wir denn kein Mobster? Hä? Muss mal echt da sein. Äh, doch, da ist ein Skelett, und das bin ich... gleich oben, okay? Hey, guck mal, das sind ganz viele Mops. Ähm, es wurde ja jetzt geändert, dass wenn man länger an einem Ort bleibt, kommen mehr Mops. Ja, okay, apropos Mops, äh, gehen wir in die Richtung... Ne, eigentlich in die andere, oder? Oh, hallo! Wer die gegangen? Geh mir die, Alter, das ist ein Enderman. Da ist die Most Castle! Ich leck, ich leck voll rum. Du leckst immer rum, Cheepo. Da hinten ist ein Frappo. Ja, der ist doch draufgegangen, jetzt muss er seinen Weg wieder finden, ne? Äh, der Frappo ist wieder... Ja, komm, Bernie! Wir gehen in die Richtung. LOL, du kannst mich hauen, aber ich kann dich nicht hauen. Du kannst ihn jetzt hauen, äh, du warst gerade noch nicht im Team, jetzt bist du im Team. Ey, hier, hier ist, hier ist, hier ist Kohle. Hol du die Kohle und ich die Kühe. Okay. Okay, weil ich hab... Ja, irgendwie leckt das bei mir fort. Also, es leckt nicht, aber es ist genauso wie ein LOL, dass es so ein bisschen eine Zeitlupe läuft. Äh, da sind ganz viele... Aua! Creeper! Da war da, war ein Creeper. Zombie! Äh, du wärst gerade gepickt! Nein! Nein! Ich hab den auch gepickt! Aua! Creeper wollte mich... äh, der Zombie wollte mich töten. Ja, ich hab's gesehen. Willkommen, Berkel! Äh, Bernie! Hier ist viel Kohle. Einigermaßen. Und hier auch, hier ist auch noch Kohle. Und hier auch, hier ist auch noch Kohle. Deine Werkzeuge sind so langsam, besonders wenn's auch noch so ruckelt. Ja, vielleicht sollten wir erst mal da in die Höhle ein bisschen snacken, jetzt wo... Ich mach mir mal ein bisschen Fackeln, okay? Ja, komm zu mir in die Höhle, okay? Jetzt ist es, ich bin euch verbraucht. Obwohl, es ist ein Sackgasse, nee. Schon vor euch Fackeln. Kommst du zu mir rein, Können? Ähm, ja. Komm zu mir. Usch, usch! Usch, usch! Haschisch! Aaaaah! Achtung, da ist ein böses Tier! Aua! Wir können uns... Hallo, ich komme! Ich glaub, du hast dich doch gefickt. Übrigens, Paul, wir können uns gegenseitig nicht kaputt schlagen, also... Achso, das ist gut. Warte, sind wir gleich mal ausprobieren. Ja, was ist? Alter, habt ihr beide schon den Tod? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, den kann ich nicht hauen. Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen! Ähm, übrigens, wenn ihr Tab drückt, da werden die Tote angezeigt. Aua! Ja, ich wurde von dem Gelecket. Geleckung, Geleckung! Warte, warte, ich mach mal ein paar Fakten. Wird grad gefickt? Ja, ich, äh, bewacht dich, da es kommt nämlich ein Creeper. Ja, ich... Bewachen meine ich, ich jag den Creeper woanders in die Luft. Warte, ich baue mal hier noch ein Bild. Oh mein Gott! Hey, hast du schon, hast du schon genug? Aua, 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 aua! Hey, das ist ein Babyzombie! Ah, Alter, ich bin fast down. Ah, Babyzombie! Ich hab nur noch 3 live! Leck mich am Arsch! Ich hab den Babyzombie geteilt. Du wirst 7 leben. Alter, jetzt hast du... Alter, wie ich rumlegge! Alter, Chibu, geh zum Pökel! Nein! Du bist mit Eventy! Nein, das ist doch kein Problem, Alter, geht mit uns. Man, hier keine... Ach, den kann Chibu nicht. Der macht eh sein eigenes Ding. Ja, der Pickel ist sehr nah. Man, 3 gegen 1 ist alle gleich. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, Chibu tötet uns gleich. Nein, Chibu kann das ja nicht mal, der hat irgendwann schwer. Ich geh gleich wieder. Ja, weil der uns vorhin die ganze Zeit gehauen hat. Aber vor... Ja, aus Versehen, das hab ich aber auch. Ja, war fast jedenfalls, dass er euch hauen kann. Ja, hast du schon genug? Äh, mach mal... Mach mal zwei, äh... Pickaxes. Hier, äh... Eichenachsen. Ja, muss ich erst schmelzen. Ja, dann schmelz da unten kurz. Ah, Skelett! Ah, es fickt mich! Scheiß Babyzombie! Oha, recke! Äh! Aua! Aua! Ah, das Enderman! Ah, ficken! Das Non-Skelett! Ey, Alter, die spawnen direkt nicht mehr! Mal, aber es geht da ab. Ich komm zu dir, Börl. Ich hab an. Ich weiß es nicht, ob ich das Wochen zu Ende erzählt hab, aber... Wenn man länger an einem Ort ist, spawnen mehr gegen... Darum kenn ich hier auch, glaube ich, vier Zombies! Geil. Einer bedroht mich für ein Stück Fleisch! Alter, der Hammer. Alter, hast du schon fertig LoL gespielt, oder was? Was? Shibu? Der hat doch gar nicht LoL gespielt, oder? Doch, ich sag gerade auch, ich bin nur kurz drin. Ah, ach! Deshalb gehst du die ganze Zeit raus! Ja, erst mal parallel. Achso, du stirbst so oft, deswegen bist du oft hier. Ach, er hat erst einen Tod, so oft auch wieder nicht. Nicht mein Eisen klauen! Ah, ich hab... Bitteschön... DIP 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 DIP! Puh! Hier einfach ein R immer stirbt. Ah, mein Geil! Oh, ich geh mal! Keiner kommt in den R, auf einmal bin ich tot! Lass los! Erstmal rumheulen! Ey, Paul, wie viele Spitzhacken hast du denn? Ja, gar keine! Okay, hier ist... Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht mal auflegen, weil er nach drei Tagen erst respawned! Oh, geil! Da ist ein böser Mensch, tötet ihn! Also ein böser Zombie... Böser Mensch, meinst du schon mit Shibu? Ja, hopp, hopp, gehen wir hier, Shibu, mitkommen... Du hast ja alles, oder? Hast du mitgenommen alles? Ey, wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Ich muss euch hier mal folgen! Schnell weg! Schnell weg! Ja, hier weiter... Ne, äh, äh, schleichen! Sie doch uns nicht! Haha, ich hab euch! Nein! Ihr seid zu schnell! Kommi! Scheiß Zombie! Gib mal schlafen! Wir kriechen, wir sind zu schnell! Alter, wäre voll geil, wenn jetzt ein Creeper in die Luft... Ah! Was gelät? Check das! Was gelät? Warte, 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 ich werd kurz angerufen! Hey, du musst mich beschützen! Du musst mich beschützen! Ich werd dann... Kannst du wo reingehen? Weil hier draußen ist es grad kacke! Wie zur Hölle soll ich das überleben? Ich grab mich jetzt ein, ey! Wie zur Hölle soll ich das überleben? Ich soll hier grad Paul beschützen und... Hey! In meinem Haus haben sich grad fünf Zombies und ne Spinne eingenistet! Dann bau dir endlich mal Fackeln! Ich hatte Fackeln! Die sind von oben vom Berg hereingefallen! Dann bau dir ein Dach! Ja, wie denn bitte, wenn die jetzt da drin sind und nicht mehr rausgehen? Das weiß ich noch nicht! Baut hier ein neues Haus? Ich mein, wenn du nicht... Da war doch mein ganzes Zeug drin, so! Wenn du nicht mal ein Dach hast... Der Dach, ey! Wie hat die Flieche her? Wie schwer hast du das eingestellt? Ah, Birdy, du sollst mich beschützen, du schulette! Ja, der komische kackt, so ein Ding hat plötzlich dich ange... Hey, hier ist hier, hier ist hier! Hey, Eis! Skelett! Geh mal beide runter, Alter, hier geht's voll weit runter, und das? Ja, der Skelett tötet mich, ich werd gleich sterben! Nein! Ah! 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 Ernie, nicht so stöhnen und komm zu mir runter, da unten ist... Dann sterbe ich aber! Es ist ein Skelett da unten! Da oben ist auch eins! Scheffer, fickt den Viecher, ey! Ja, was machst du denn? Bist du da jetzt runtergejumpt? Das hier hab das Skelett runtergeschubst! Ich hab nämlich nur noch ein halb, also ein Leben gehabt, ein halbes Herz. Jetzt geht's dir wieder gut, oder was? Hier ist, hier ist Kohle, du kannst abbauen und ich kill das Skelett. Kohle, 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 Kohle! Das sind jetzt wahrscheinlich zwei! Kohle, Kohle, Trala! Daaa! Wo kommen die alle her? Verfickten es! Bökel hat ein Skelett getötet! Scheiße! Bökel hat ein Skelett getötet! Bökel hat schon vier Tode! Nein! Ich glaube es steht 5 zu 1 für... Also... Hier formen wir fünf Zombies hinter mir ein Creeper! Wie soll ich das überleben? 5 zu 0! 5 zu 0! Okay, jetzt können wir wieder hoch! Wenn ich irgendwie geht! Also hier unten ist nix mehr! Es ist eine Plackgasse, aber ich hab ganz viel Silber! Ich hab gerade Pfeile gehört! Gar nicht so wenige! Ich weiß nicht! Oh! Oh! Holy shit ey! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht!